Wir bringen Sie unter Dach und Fach. Traditionelle Handwerkskunst und moderne Technik, das bietet die Dachdeckerei Hauk. Ob Eindeckung, Sanierung, Dämmung oder Reparatur, ob Steil, Schiefer, Schindel, Metall oder Flachdächer, der Meisterbetrieb realisiert beste Ausführungen. Qualität beginnt in der eigenen Bauklempnerei, in der alle Dachmetalle exakt zugeschnitten werden. Aktuellste Gerätetechnik ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 6 Meter langen Blechen, Materialien wie Zink, Kupfer, Aluminium oder Edelstahl prägen individuelle Designs. Privat- und Gewerbekunden aus Schleswig-Holstein und Hamburg nutzen Energie- und kosteneffiziente Lösungen, die sich bis zu Dach-, Um- und Ausbauten sowie Aufstockungen fortsetzen. Herzstück des modernen Fuhrparks ist ein ausziehbarer Kran, der auch komplexe Bauteile in bis zu 35 Meter Höhe transportiert. Ob klassisch oder außergewöhnlich, mit fachkompetentem Team garantiert Dachdeckermeister Andreas Haug hochwertige Bedachungen, perfekt in Funktion und Ästhetik. Wir bilden aus und stellen ein. Auszubildende und qualifizierte Mitarbeiter finden bei uns einen Arbeitsplatz mit Zukunft.